so und damit herzlich willkommen hiermit auf meinen kanal ich bin's euer tobi schön dass ihr dabei seid heute mal nicht so dead by daylight ja leute wie sag ich denn das ihr müsst euch immer so vorstellen dead by daylight ist zurzeit wirklich eine katastrophe es gibt da echt so viele unfaire spieler die wirklich unfair spielen und ich meine damit jetzt so wie sheets oder hex wie man das auch immer nennen möchte ihr müsst euch mal vorstellen ich saß heute um 14 uhr noch was dran und wir haben jetzt 16 uhr 45 ich habe die tage so gut wie kein dead by daylight mehr gebracht private gründe hat ja alles so ein grund warum und weshalb und ich sage ganz ehrlich leute solange wie dead by daylight immer noch so scheiße ist exakt jetzt so krass wird es auch erstmal auch nicht auf meinen kanal kommen ich hoffe ihr versteht das ich hoffe es ja weil es ist zurzeit wirklich eine katastrophe weil ich hatte überlegt ich mache überlebende und danach killer zusammen alles beide als 1 let's play in dem sinne so bei so weit auch ja der 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 überlebende als ob auch der killer ist wirklich sache ganz ehrlich wirklich eine katastrophe und ich habe wirklich oft versucht wirklich sehr oft versucht immer wirklich so versucht mein beste zu geben was darf ich das meine also immer somit ja somit stolze trans zu gehen und so ja cool dann freuen sich vielleicht meine zuschauer klar viele viele leute von euch klar ihr mögt meine dead by daylight videos klar ja aber leute ich würde sie ja gerne bringen aber es ist wirklich unmöglich sowie der abläuft und so wie es da abläuft so werde ich es auch nicht mehr weiter spielen und ich hoffe ihr habt dafür verständnis also wie gesagt wenn sich das in diesem jahr noch ändern sollte mit dead by daylight dass es dann halt ein bisschen freundlicher ist und nicht so assi kann ich das auch gerne wieder bringen auf meinem kanal aber so vor nicht mehr weil wie gesagt leute ich tue mir einfach ich tue es mir einfach nicht an ja weil ich habe wirklich ehrlich gesagt wirklich keine lust darauf wirklich ich verschwende damit wirklich den ganzen tag nur für diesen nur für dieses spiel wirklich ist jetzt stunden lang da dran um um eine richtige lobby zu haben um einen richtigen killer zu haben um richtige überlebende zu haben aber leute es ist wirklich eine richtige katastrophe entweder alle überlebende quitten oder der killer spielt assi ja also wirklich so was weiß ich dass man sich nicht bewegen kann oder so und als ich killer war ja leute was soll ich sagen es ist echt eine katastrophe wirklich als ich killer war und zwar habe mir gedacht mache ich einfach mal die krankenschwester halbwegs ja auch nie wirklich gebracht die feule wollte ich auch mal bringen aber die ist halt eben bei mir jetzt noch nicht so weit dass ich sagen kann die kann ich jetzt bringen und ja leute ich war kaum eine runde und da war es es ist genau dasselbe wieder passiert alle djins wurden repariert dann habe ich das danach noch mal probiert ich konnte mich als krankenschwester nicht bewegen und ich habe hier wirklich ein sehr gutes internet also ich besitze keine aldi talk oder irgendeinen anderen scheiß sondern ich habe wirklich eine sehr gute internet leitung und dieses spiel dpd light ist zurzeit wirklich unspielbar wirklich unspielbar und zwar habe ich mir so überlegt als let's play ihr könnt sie ja mal wirklich ihr könnt ja mal bestimmen ihr könnt ja mal bestimmen was ich bin was ich was ich was ich was ich bringen soll und zwar zwischen monster hunter bird ja oder zwischen keine ahnung vielleicht red dead redemption vielleicht wollte auch mal so richtig red dead redemption sehen auf meinem ich weiß es nicht also ihr könnt es wie gesagt abstimmen oder so zwischen zwei oder von mir ist destiny 2 oder was auch immer ähm ja von die drei spielen könnt ihr euch mal was aussuchen also die drei oder vier waren ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau also wie gesagt leute solange wie sich der dpd light nicht ändert werde ich das gar nicht mehr bringen und sollte sich die spielentwickler nicht da drum scheren um hacker oder so um sie zu bannen geschreibe irgendwas dagegen zu tun ja leute dann bin ich im endeffekt wirklich dazu gezwungen dieses spiel denn auch nicht mehr auf meinen kanal zu bringen ich werde klar die let's plays werde ich lassen klar ich habe meinen bild geändert klar weil ich habe es ich habe gesagt es ist ein reiner dpd light kann ja aber leute was soll ich tun was soll ich tun ich weiß nicht was ich tun soll ich gebe wirklich mein bestes ich setze mich wirklich dran und ich bin jetzt auch nicht der mensch der so schnell aufgibt das bin ich nicht aber ihr müsst mal so sehen was zu vieles ist zu viel und das ist fakt und ja klar man kann ja auch immer wieder sagen ja tobi gibt den ruck halt durch du schaffst es gibt nicht auch heute wie gesagt ich habe immer mein bestes gegeben gerade in debt by daylight aber ich sage ganz ehrlich ich habe die schnauze voll ich habe wirklich endgültig die schnauze voll mit diesem spiel und ja also wie gesagt leute tut mir echt leid aber ihr müsst mir auch irgendwo nachvollziehen können klar ich habe schon so oft auf meinen kanal gesagt dass ich das auch erstmal nicht mehr wieder spiele und deswegen sage ich es jetzt hier nochmal ich werde es irgendwann spielen also merkt ihr euch ich werde es irgendwann spielen wenn die gründer oder die macher von dead by daylight es es ein bisschen besser machen ja heißt dass dann nicht mehr so viele cheater oder von mir das hacker da drin sind das ist alles ja einfach viel angenehmer ist und dass es auch um einiges fairer wird aber auch nur dann dann werde ich das spielen vorher vorher nicht ja wie gesagt ihr könntet aussuchen was ihr sehen wollt ob ihr jetzt hier zum beispiel wie jetzt hier red dead redemption sehen wollt oder ob ihr keine ahnung the division sehen wollt 2 oder ob ihr ja destiny 2 sehen wollt wie gesagt ihr könnt es bestimmen und in der zeit und am 31 oktober hatte ich sowieso was vor was ich dann sowieso als let's play hochladen werde und ja weil das ja nur halloween ne gut leute deswegen nimmt ihr mir wirklich nicht übel und ja aber ich möchte auf jeden fall dankeschön sagen dass einige von euch echt meinen kanal gucken und viele meiner abonnenten komischerweise nicht aber ich sag so viel es ist jeden selbst überlassen ja ich zwinge niemanden dazu irgendetwas zu tun also daher weil mein kanal ist nur aus hobby und aus reinen spaß gut leute nur mal so dass ihr bescheid wisst was los ist und wie gesagt und kommt mir nicht von wegen ich habe es nicht aufprobiert leute ich habe es wirklich sehr aufprobiert sehr sehr oft aber wie gesagt auch irgendwann ist auch mal mein maß mal voll und ja ich habe ich habe keinen bock mehr mich ständig aufzuregen nur weil der killer so scheiße gespielt hat oder die überlebenden meinen die müssen an anfang der runde quitten weil die map ihm nicht gut gefallen hat oder 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 weil der killer so aussieht wie er aussieht aber dabei wahrscheinlich fair spielt ja also wie gesagt leute nimmt mir wirklich nicht allzu übel und gott das ist ich habe euch mein bestet gegeben und ja ja gut leute damit sage ich eins macht es nicht gut sondern macht es besser das was von mir leben und tut mir leid dass ich jetzt diese nachricht in dem sinne so sagen muss wie sie jetzt da ist aber leute es geht nicht anders ja also ich sehe es auch nicht ein wirklich so viele stunden da drin zu investieren nur um denn ein halbwegs gutes video für euch hochzuladen weil meine psyche ich glaube die macht das ohne damit und ja außerdem kriegt da plack und räume und dicke füße und darauf habe ich einfach alles im bock also so viel dazu also ne leute wie ihr sagt ne dankeschön dass ihr dieses video angeklickt habt und dankeschön dass ihr mir eure aufmerksamkeit gegeben habt das bedeutet mir wirklich wirklich in dem sinne sehr viel und ja damit auf wiedersehen und dann für